ARD Text im Auftrag von Funk Gesucht werden die sogenannten spitzkegeligen Kalköpfe. Einige von uns haben noch keine Erfahrung mit Pilzen. Also seid etwas vorsichtig. Und wenn Sie jemanden schlecht einfahren oder ihr Angst kriegt, dann sofort jemanden melden. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk